Die Medien fragen erneut kritisch nach, diesmal bei Geschäftsführer Steffen Röhrs. Nach dem ganzen Theater im vergangenen Jahr, jetzt haben Sie ja den Minister hier, was würden Sie sich von mir wünschen? Das Theater haben Sie gemacht, meine Medien, und wir dürfen es ausraten. Und wir tun alle gut daran, dass wir dieses Theater langsam mal beruhigen, indem wir einfach mit Fachkompetenz beraten und auch die Medien ihren Beitrag dazu teilen, dass wir vernünftige Informationen ermitteln. Und hier geht es wirklich einfach darum, eine Wärmepumpe heizt heute jedes Haus, auch im Bestand, ohne Fußbodenheizung, ohne Dämmung. Es funktioniert einwandfrei und das beweisen wir gute 150 Mal im Jahr. Dennoch bekam auch Habeck einige ehrliche Worte von Steffen Röhrs zu hören, wenn auch wertschätzend verpackt. Ich hatte Sie mal auf der Wärmekonferenz in Berlin gesehen letztes Jahr. Und da hatten wir ja die Thematik, dass Sie gesagt haben, der Prozess zu dem GEG und zum BEG war jetzt nicht optimal. Das war so sinngemäß Ihre Wortwahl. Und das unterstütze ich auch. Der Prozess lag ja nämlich nicht nur an Ihnen, aber das, was jetzt daraus gemacht wird, ist too much. Im Anschluss verschaffte sich der Wirtschaftsminister einen aktuellen Überblick, wie Kunden die effiziente Nutzung von Wärmepumpen sichergestellt wird. Mancher Kunde scheint auch besonders angetan von seiner neuen Heizung. Wir hören mal rein in Anekdoten vom Sparen mit Wärmepumpe bis hin zur sogenannten kuriosen Wärmepumpen-Party. Die hatte permanent ihr Tablet mit dabei. Jetzt spare ich Klappe Röhrs zu. Und dann mache ich die Wäsche an. Und dann, ihr Freund sagt, der hat das auch auf meinem Handy. Und der kann genau sehen, wie man das Essen fährt. Wenn man das beim Kaffeekränzchen, beim Grillen, bei der Session setzt und die dann sitzt da und hört, guck mal, guck mal, willst du mal sehen, jetzt gerade habe ich 20 Euro gespart, dann kriegen wir das. Also ich nehme mal ein richtig cooles Beispiel, was wir aktuell haben. Der Kunde macht eine Wärmepumpen-Einweihungsfeier mit uns, weil er so zufrieden ist. Das ist kein Witz. Und er lädt die ganze Nachbarschaft ein. Und da haben wir eben gesagt, wir sponsoren das Bier für die Veranstaltungen. Aber das ist natürlich... Und er hat so begeistert davon gehört, dass er gesagt hat, das hat so super und toll geklappt. Und das läuft hier alles wie verrückt. Ich lade hier alle ein, die da um beteiligt zu haben. Und ich mache hier eine Einwahlkarte. Und er hat das ganze Dorf eingeladen. Auch das nationale Fernsehen möchte anschließend wissen, welche Punkte mit Robert Habeck besprochen wurden. Ja, ein großer Wunsch war, dass Ruhe einkehrt. Auf allen Seiten. Also wirklich auf allen Seiten. Auch Medienseite, Politikseite. Damit der Endkunde die Chance hat, sich mit dem wirklichen Thema zu befassen und nicht mit irgendwelchen falschen Aussagen befassen muss. Das war der größte Wunsch. Und hat Herr Habeck das gefühlt? Naja, das betrifft ja uns alle. Das kann ja nicht nur Herr Habeck gefühlt. Das betrifft Sie genauso wie uns und Herrn Habeck auch. Weiter mit dem nächsten Kritikpunkt. Wärmepumpen seien laut. Wir lauschen mal, wie sehr sich so eine moderne Wärmepumpe akustisch tatsächlich bemerkbar macht. Hier haben wir die Außeneinheit, die wir eben auch schon bei dem Kunden gesehen haben. Und wenn wir jetzt mal alle ganz still sind, dann hören wir, wie die Wärmepumpe auch laufen. Ohren betäubt. Ja, genau. Und das ist natürlich auch ein Argument, was wir gerne hören, dass die Wärmepumpe wirklich leise ist. Aber Sie kennen alle die Vorurteile. Wärmepumpe ist nicht leise. Und wir haben das hier extra für Kunden hingestellt. Damit Kunden, aber auch Energieberater oder die Verbraucherzentralen waren auch schon hier, um sich das Gerät anzuhören, damit man einfach mal ein Gefühl hat. Weil keiner weiß, was 55 oder 35 dB sind in 4 Meter Abstand. Und das können wir hiermit simulieren. Nach einem inhaltlichen Schwenk über Solarenergie und wie Verbraucher von den künftig dynamischen Strompreisen profitieren können, fühlten wir im Nachgang Steffen Röhrs nochmal auf den Zahn. Bevor wir gleich zum Fazit des Tages kommen. Bis zum Fazit des Tages kommen.